Heeeeeee... HALT! Noll! Ich schneide eine Marv-Galzer in die Brezlerinnen auf. Das kann ich von mir aus erkennen. Blacksheep bewaldet bekommen. Höre. LZ ist bewaldet, gibt freie Flächen, wir decken euch. War das Marv? Verstanden. Gunnar? 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 Die dänische Bordchen zu bei Weiber. Gunnar? Gunnar? Und heute, heute ist voller Wald, darf ich ein bisschen nach Westen. Du musst nicht genau auf den Marker landen, das soll die Nadel drauf bitte genau. Der ist überall Wald. Nicht Meter weit weg. Ich sollte nur ungefährere Angabe sein. Der Leck? Das haben wir alle gesehen, ja. Äh, äh... Es ist Franky Gala an der Kiste. Die Garten auf die Union. Was? Sie müssen genau nötig. Oh, der hell. Okay. Weitere hier... Weitschieb und wollen kommen. Oh, zwei, zwei, drei. Die Garten auf die Union. Ich glaube, wir sind wieder gerade in den Riss vom Raum-Zeit-Kontinuum gekommen und, äh, wurden bisschen weg-teleportiert. Jetzt sind wir wieder da. Die Garten auf die Union. Sie sind wirklich weg. So, verstanden. Hatten wir euch gerade sichtmäßig verloren. Ja. Sie sind wieder dicht. Die Lücken zu mir geben. Bleib mir kein Acker. So, drei Uhr Rechtsposition bewegen ihr Lücken, das jetzt hinter euch. Verstanden. Falling 1410 left Falling 1410 joint Das ist ein extrem seltser Das ist vermutet Shit, das ist falsch Das war nicht Giona So bitte, einen schönen Tag Danke Sierra on Station Omega Viper hier Blacksheep 1-1 Fracht abgeliefert Verlegen zurück Verstanden, Blacksheep zieh nach oben und dann links rum Wir folgen Sierra hier Viper, viel Erfolg Auf Blacksheep hier Viper übernehmen Führung Auf Verstanden, bin dran Die Euer Bis zum nächsten Mal Duden 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 Duden